Meint ihr wirklich, es wäre legitim, Anschläge in Istanbul oder in Libanon zu verüben oder sonst wo auf der Welt und unschuldige Menschen töten? Nein, das ist nicht vom Islam und das ist nicht legitim. Darüber braucht man gar nicht zu sprechen und es gibt so viele Prediger und so viele Gelehrten, die es bewiesen haben, dass diese Sache nicht vom Islam ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit den toten Muslimen barmherzig sein und ihnen alle ihre Sünden verzeihen und diese Menschen, die sowas verüben, Recht leiten. Assalamu alaikum.